Ich wähle das Thema Selbstständigkeit, weil die Auseinandersetzung mit diesem Thema für mich sehr interessant ist. Die Welt des Autofahrens fasziniert mich seit meiner Kindheit. Von dem Moment an, als ich zum ersten Mal das Lenkrad umklammerte und die Kraft des Motors unter mir spürte, wusste ich, dass es meine Leidenschaft war. Während andere Kinder davon träumten, Astronauten oder Feuerwehrleute zu werden, hegte ich den Traum, eines Tages eine eigene Fahrschule zu besitzen, einen Ort, an dem ich anderen die Kunst des Fahrens beibringen konnte. Kürzlich habe ich die schriftliche Fahrlehrerprüfung erfolgreich abgeschlossen und das Zertifikat für den Abschluss des Lehrgangs erhalten. Dies war ein wichtiger Schritt auf meinem Weg zur Verwirklichung meines Traums. Meine Fahrschule wird in einem Bürogebäude an der Grenze zwischen Wohn- und Gewerbegebiet untergebracht sein. Dies ermöglicht einen einfachen Zugang für die Bewohner und bietet ausreichend Parkplätze für die Fahrzeuge der Studenten. Derzeit gibt es in meiner Region keinen vergleichbaren Anbieter, daher sehe ich eine gute Chance, diese Lücke zu schließen. Besonderen Wert lege ich auf die gute Erreichbarkeit meiner Fahrschule über die Autobahn, um Schüler aus verschiedenen Regionen anzulocken. Darüber hinaus sorge ich dafür, dass die Fahrschule in einem dicht besiedelten Wohngebiet liegt, insbesondere in der Nähe von Familien, um viele junge Leute anzulocken, die ihren Führerschein machen möchten. Aus unternehmerischer Sicht bietet die Fahrschulbranche zahlreiche Wachstums- und Erfolgschancen. Der steigende Bedarf an qualifizierten Fahrlehrern und die wachsende Bedeutung der Verkehrssicherheit verdeutlichen den ständigen Bedarf an seriösen Fahrschulen, die qualitativ hochwertigen Unterricht und persönliche Betreuung bieten. Durch außergewöhnlichen Service und die Förderung einer Kultur der Exzellenz können sich Fahrschulbesitzer als Branchenführer positionieren und einen treuen Kundenstamm aufbauen. Insgesamt bin ich zuversichtlich, dass meine Fahrschule einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und gleichzeitig eine erfolgreiche unternehmerische Initiative sein wird. Ich freue mich darauf, meinen Traum zu verwirklichen und die Freude am Fahren mit anderen zu teilen. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblick geben konnte.